Hey Leute, willkommen zu den Map News. Es gibt heute vier neue Karten und sechs Updates und wir schauen uns jede Karte einzeln miteinander an. So, den Anfang macht die Somerset Farms von Steve Motz. Die Karte ist für PC und auch für Playstation und Xbox. Das heißt inklusive Konsolen und da haben die wieder was zum Spielen. Und was ich so sehe von der PDA her ist das eine recht schöne Karte. Dann haben wir hier Schweineweide, Schafweide, da ist der Vierhändler, Verkaufsstellen, Sägewerk und was haben wir schon im Besitz? Ja, den Kuhstall natürlich, die ganzen Fahrzeuge schauen wir sich noch an. Da haben wir dann den Pferdestall extra zum Kaufen. Das heißt im Prinzip gibt es drei, vier Höfe, die extra zum Kaufen sind. Das ist was sehr schönes. Das heißt mit dem Multiplayer kann man da wirklich wunderbar spielen. Und ja, es gibt fünf Vierhändler, Schweine, Schafe, Kuh ist drei, Pferde ist vier, wo ist der Fünfte? Ähm, also Lohnunternehmen ist Nummer fünf. Gut. Ah ja, dann Steuerfahrzeuge. McCormick, Kess, Kess, Brostelmarsch und wieder McCormick. So, da kann man rausfahren. So, was haben wir dann noch? Ja, oh. Das Ding ist cool. Ah, und da haben wir schon mal ein Sammelstück. Das sind die kleinen Mitrescher. Heute ist es. Da haben wir das nächste. Miststreuer, auch ein tausend. Wunderbar. Was haben wir da? Oh, ein Schwein. Ich finde es cool. So, Sämaschinen sind schon da. Gruppe Pflug. Ja, was zum Tiere transportieren. Da oben haben wir auch noch was. Das ist ein Gülleaubleger. Das haben wir euch auch gleich ein. Und ich wette, hier findet man noch so ziemlich viel. Ja, hier findet man noch auch was. Was haben wir da? Das ist ein Schaf. So, ah, ja, was haben wir da sonst noch? Und ich sage mir jetzt nicht allein. Das ist Kuh, Pferd. Ja, da haben wir die Spritzen von H.D. Und... Ja, das ganze Graszeug. Das heißt, einmal Mähen, Pressen, Wänden. Ja, ein Jahr Schweine. Also, er hat sich schon was einfallen lassen, der Mal bei hier. So, 50 Bilder, das ganze Spiel in Großbritannien. Und das erklärt auch die ganzen Einzäunungen. Mich interessiert jetzt... Ah, kann man durchgehen? Das heißt, sie sollten auch durchfahrbar sein. So, was lieber haben? Auch was zu tun. Zwar nicht so viel wie auf manchen anderen Karten. Aber es kommt schon was zusammen. So, da haben wir mal das Seewerk. Schaut recht gut aus. Verkaufstelle aus dem Mondrand. Wasserentnahmestelle, beziehungsweise ist Seehammer da. Sie ist vom Gelände her ganz leichtügelig. Ich finde das in Ordnung. So, wenn es nicht komplett flach ist, BGA haben wir auch da. Und die Karte bietet auch noch, solltet ihr ein paar weiterbauen, genug Erweiterungsmöglichkeiten, weil, ja, sie ist noch nicht vollkommen ausgereizt. Auf jeden Fall, mir gefällt sie. Sie hat, ehrlich gesagt, etwas für sich. Und natürlich heißt das auch, dass die Karte... Weiter geht's mit der Karte Nummer 2, nämlich der Brandenburger Umland. Die Brandenburger Umland spielt in der Region der Prignitz, beziehungsweise Ostprignitz, natürlich ein typisch brandisches Umfeld. So, natürlich haben wir hier zum Mal den ganzen Hof hier. Die ganzen Icons sind überarbeitet worden. Finde ich nicht schlecht. Das ist mal was anderes als Standard. So, natürlich haben wir hier den ganzen Kuhstammens-Fütterungs-Roboter. Das sollte ich natürlich auch aufmachen. So, Anhänger, alles haben wir da. So, der Mapper ist HXR. HXR, so. Gut, hier haben wir dann 90 Felder. Ähm, Wälder haben wir vier Stück verschiedene Größen und Formen. Genauso wie bei den Feldern. Dann, von den 90 Feldern sind 70, äh, 17. davon Wiesen, 32 Bodenwinkel sind übrigens auch verbaut. So, da haben wir dann das Ganze zum Kaufen. Sondern da, ähm, Produktionen gibt es natürlich auch. Ich schaue mal schnell alles durch. Äh, Westzucker, Spinnerei, Pizzerien. Natürlich kann man hier alles auch verkaufen. Spinnerei, 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 Spinnerei. Ja, Stärke, Spinnerei. Ja, Stärke, Spinnerei. Also, Hotel, Hotelverkauf. Ja, BGA. Und, ja, im Prinzip ist das Ganze auf ein, wie soll ich sagen, auf ein, wie soll ich sagen, mal. So, es gibt auch eigenen Kennzeichen. So, Stadtverzeuge mal durchschauen. Ähm, es gibt einen Schweinehof. Ah, anscheinend doch. Ähm, multiplayer geeignet. Schweinehof, scharfe Hühner. Und da haben wir auch jede Menge Zeugs zum Anfangen. So, dann mal Hof von oben. Schaut schön aus. Und, ja, wie gesagt, es gibt einen Schaf-Hühnerhof. Äh, inklusive Gewächshäuser. Also, natürlich, wenn man das Land kauft, kauft man das Ganze mit. Finde ich super. Schweinehof. Auch kaufbar über das Land. Ähm, ich schätze grob, dass das, das hier ist. Ja, da haben wir einen Schweinehof. Ähm, da war ich jetzt fast ein bisschen wenig. Ah, verkaufen will ich das hier und das hier kaufen. Ah, das kann ich nicht verkaufen. Ah, ja. Aber ich schätze mal, ich sage, das ist eine Starke. Das heißt, Multiplayer-Spiel ist auch schön möglich. Forst schauen wir sich auch noch kurz an. Und ja, das sind die Minder und die Grafe. So, das schaut alles schön aus. Autodrive-Kurse sind für diese Karte auch verfügbar. Forst schaut auch annehmbar aus. Also, man hat jede Menge zu tun. Vega ist dort auch schon natürlich nichts. Basilos. Und ähm, es gibt äh, zusätzliche, äh, gibt es eigentlich zusätzliches Früchtling? Nein, aber zusätzliche, das sieht man. Ich werde euch jetzt halt noch das Ganze sehen. Äh, geschnitte Tomaten, das sind dann ähm, ähm, verarbeitete Produkte. Dann haben wir, äh, Flüssigkompost und Kompost. Karotten sind auch hier. Pirsch, Papier, Kompost. Und flüssiger Kompost und normaler Kompost, äh, verhält sich quasi, so wie Gülle und Gärweste. Aber leider nicht in Verbindung mit Precision Farming. So, Autodrive-Kurse habe ich schon gesagt. Es gibt, äh, Satcom-Produktion und einige andere Produktionen. Tja, an und für sich kann ich mich eigentlich über die ganze Gestaltung der Karte nicht beschweren. Ähm, ja, es ist halt eben, dürfte aber in Brandenburg so sein, sonst wäre das nicht so, beziehungsweise wäre das ja nicht so, äh, gemacht worden. Ja, ein kleiner Hügel ist hier. Und ja, auf jeden Fall eine schöne, interessante Karte. Lohnt sich sicher die zu spielen. Karte Nr. 3 ist die Stara Ole Schnitzer. Die Downloader-Time muss erstens einmal entpackt werden, um alles, was drinnen ist, auch benutzen zu können. Es sind ein paar Monster dazu. Und, ähm, die Karte ist eine fiktive Karte. Leider ist sie nur für PC und Mac. Sie hat, ja, keine Startverzeuge, das habe ich schon durch, ähm, keine zusätzliche Früchte. Und ja, das Ganze kann man kaufen. Was sollte es auch geben. Nämlich, es gibt drei Wälder. Also, eins, zwei und drei schätze ich mal. Und ja, das schauen wir uns natürlich noch an. Und ja, sechs Wiesen, 54 Bilder, drei Bilder, schmale, lange Felder. Und ja, da sieht man, die ganze Karte ist von Yano. So, natürlich, ja, eher flach gehalten, wie, ja, wie so ziemlich viele Karten, aber, ich muss eines ehrlich sagen, äh, es gibt flache Karten, die nach nichts ausschauen. Diese Karte schaut aber nach was aus, also, ähm, ja, sie ist, ähm, wie soll ich sagen, sehr verspielt. Die Wege sind da, äh, ja, die Karte hat was. So, was haben wir noch bei der Karte sonst, ähm, ja, eigentlich eh nichts. Und ich hoffe, das, was hier angezeichnet ist, das geht dann auch weiter. Mich würde es sehr freuen, genauso wie hier natürlich auch, weil, hm, naja, so schlecht schaut es ja nicht aus. Eines würde ich mir wünschen, dass, ja, äh, so wie hier quasi auch da drüben Hügel noch dazukommen, damit dass diese ganze Karte etwas hügeliger wird. Würde, das würde für mich das Ganze wirklich auflockern und auch verbessern. Okay, weiter geht's mit der vierten Karte, der Midwest to Risen, ursprünglich im VLS19 erstellt von TXZAR, oder TXAR, und in den 22er gebracht von Dennis Farms. So, diese Karte ist, äh, wenn ich das Ganze richtig anschaue, eine Vierfachkarte mit 127 Feldern. Und es gibt im Prinzip alles, was man eigentlich fürs Herz, äh, das Landwirten begehrt. So, statt Verzeihung nicht, aber ich hoffe, da ist irgendwo neben Gras und drei Feldern noch irgendwie was. Ähm, oh man, noch was ich hinstellen kann. So, ähm, wo bin ich, ah, da bin ich. Ja, und das ist garantiert mit Vierfachkarte. Die... Mid-West... Und die Midwest to Risen... ...basiert auf, äh, New Bremen in Ohio. Ja, ja. So, ja. Äh, ja, das schaut so aus, als würde man Ihnen noch einen Ruf schön erstellen können. Gut, äh, was gibt's sonst noch eigentlich? Gibt es sonst nichts zu finden. Und, ja, eine Vierfachkarte flach für, äh, sicher große Geräte. Ja, Faustliebhaber, Faustliebhaber haben auch was zu tun. Und wir gehen über auf die Updates. So, die erste Updatekarte heute ist von SpeedAction, die Nordfrieserische Marsch in der Version 1.9 und ohne Gräben. Die Version habe ich heute mal genommen. So, äh, ein neues Safe-Game ist nötig. Dann neue verbesserte Bodentexturen. Gibt es mehr Bodenwinkel für schönere Bodenarbeiten? Ich fliege einfach das Ganze herum, würde ich mal sagen. Erstens einmal. Und weiter. Eine Meerfrucht-Hiruse musste weg. Ah, schauen wir mal. Gibt es zusätzliche Früchte? Äh, ja. Roggen, Tinkel, Tritikale, Luzierner, Karotten, Zwiebeln, Hopfen, Lavendel und Kohl. So, da haben wir natürlich auch schon Beträge. So, äh, dann schauen wir mal was noch. Bei den Feldern, äh, 56, 57, 61 bis 63, 66, 74, 78, die wurden vergrößert. Und, ähm, gibt es neue Icons für Mineralfutter, Holz und Holzzetzlingen. Neuer Verkaufspunkt wurde hinzugefügt. Äh, Heimtierhandler bei, und der ist beim Zoo-Fachhändler. So, natürlich gibt es auch noch so einiges. Gut, äh, und, ja. Äh, Magite Pfosten bei Tankofix wurden aus der Blumen-, äh, oder wurden aus dem Blumenkasten entfernt. Dann, was haben wir da noch? Die Strohschwaben können jetzt auch mit dem Häcksler, äh, aufgenommen werden und gehäckselt werden. Und dann Strohsammler-Pickups, äh, fügen beim Häcksler 5% hinzu. Dann vier neue Produkte wurden, äh, in die Karte installiert, nämlich Apfel, Birne, Pflaume und Kirsche. Äh, der kleine Teich, oder einen kleinen Teich gibt es bei Hausnuss 46. Ich weiß jetzt eher gesagt irgendwo, äh, eher gesagt momentan nicht, wo das Haus 46 ist. So, drei Pflanzenkisten mit den Bäumen aus dem Zaun, beziehungsweise am Brauereigelände wurden geräumt. Dann, äh, Bodentexture, Bodendekorationen auf dem Gelände der Kläranlage wurden verschoben, und, äh, Kanale mit Glieder und Twitch-Abonnenten, äh, wurden hinzugefügt ab dem 1.6. So, weiter geht's mit der Gelderland in der Version 1.1 und diese Karte ist für PC und für Konsolen. Gut, Version 1.1 von SIAB und Dutchland Space hat folgende Problemlösungen bekommen, nämlich die Farbstoff, die Farbsortierung, Entschuldigung, die Farbsortierung wurde behoben, genauso wie das Smoothie-Problem. Der Verkauf von Silos wurde jetzt ermöglicht. Fliegende Objekte wurden entfernt, das ist, ja, fast was bei jeder Karte so rausschaut. Und, weiters wurde die Burschau geändert. So, eine Karte für, ja, auch Postliebhaber. Aber natürlich habe ich das Ganze schon mal erwähnt, und heute geht's rein darum, ja, das Update zu zeigen. Aber, die Eckdaten zeige ich noch, nämlich, 81 Fehler, 4 Verkaufstellen, eine kleine BGA, passende Nummernschilder, benutzen Sie für die Texturen, Colorgrading und 5 Bauernhöfe. Die Mecklenburgische Seeplatte hat auch ein Update bekommen. 1.1 natürlich, hier gibt's 12 Felder, 3 Wiesen, 2 Kuhställe, eine BGA, und die Karte ist für PC und Mac, und ja, auch für unsere Consoleros. So, die Karte kommt von Ruben, und was soll ich sagen, Staubfahrzeuge sind auch da. Verändert hat sich folgendes, nämlich im Landschaftsbau wurden Bäume und Pflanzen wieder hinzugefügt, dann die Landwege, also die Feldwege wurden sozusagen ausgebaut, die Hofgebäude, alles was man hier so sehen kann, wurden überarbeitet, und man kann sie samt Interieure verkaufen. Farmhaus gibt es jetzt auch. In Pro Puncto Produktion müssen jetzt alle Produktionen extra gekauft werden, und das gilt natürlich auch für die Biogasanlagen. so, weiter. Die Eisenbahn kann jetzt nicht mehr gemietet werden, und ein neuer Spielstand ist leider auch von Nöten. Wälder wurden überarbeitet, hinzugefügt wurden Dekoration und Vegetation und Seen. Und, ja, das war's im Großen und Ganzen mit dieser Karte. Einmal noch kurz drüber schauen, und fertig. So, weiter geht's mit dem Dorf Jahrgott Neue in der Version 1.0.0.1. So, eine recht schöne Karte. Produktion gibt es hier in Menge. Er geschälte Gerste und Eistung und Saat, gut, ja, auch gut. Dann Verträge gibt's. Dann, ah, wenn wir uns, äh, Stafferzeuger, die schauen wir sich auch noch durch. Einmal kurz, Leinen, Erbsen, Buchen und Buchweizen gibt es als zusätzliche Früchte. Und, ja, was soll ich noch sagen? Viel Welle gibt es, ein Steinbruch für Sand und Stein, äh, und die Karte kommt von FS Power und Serge, äh, 56. So, gut. Weiter. Folgende Fehler wurden behoben, nämlich, äh, die Fehler in den Produktionsanlagen, dann, der Zeichnungsabstand von Objekten wurde geändert, äh, Fehler beim Entladen des Silos wurde behoben, und kleinere Farmen bei der Lokarisierung von Objekten, die überarbeitet und neu erstellt werden müssen. So, gut. Und mehr kann man zu dieser Karte heute leider nicht sagen. Aber, jetzt kommt noch die letzte und dann die Umfrage. Weiter geht's mit der Dunalka von Strauss 6. So, die Dunalka hat ein Update auf Version 1.1 bekommen. Die Karte hat eine Größe von 4x4 Kilometern. Ich schätze, das heißt, dass das ne. Die Karte ist, und sie ist leider nur für PC und Mac. Leider. Ich bin mir wirklich sehr gemischt, dass diese Karte auch für Playstation ist. Aber da haben sie ja, äh, eigene Vorstellung, wie eine Karte sein soll, anscheinend. So. Hügeliges Gelände, Vielfachkarte, Verbesserungen sind folgendes. Nämlich, der KI-Helfer wurde verbessert, mit Funktionalikation. Und natürlich wurde der Verkehr dementsprechend auch angepasst. So, Büsche, die auf der Straße wuchsen, wurden entfernt. Bettels wurde entfernt von Gras aus den Bereichen der Produktionspunkte. Dann einige Anpassungen an kaufbares, kaufbarem Ackerland. Und für Precision Fang wurde eine benutzendefinite Karte hinzugefügt. So, dann weiteres. Weiters wurde, äh, die, das Spiel, ähm, beim Start verändert. Zwischen, äh, warum hat man das jetzt, äh, äh, jetzt finde ich es nicht, aber ich es, äh, gelesen habe, mit Texturen. Ähm, okay, machen wir kurz mal weiter. Äh, ja, Precision Fang, äh, mit Texturen für Malwerkzeug im Landscaping Tool Bau Modus. Dann benutzt definierte Erntetragwürde hinzugefügt. Dann Erweiterung der gekauften Ackerflächen im leichten und mittleren Modus. Einige Produktionsketten, ähm, da kauft man jetzt auch das Ackerland hin zu. So, gut, dann kommen wir zu unserer Umfrage. Nämlich, ich wollte das letzte Mal wissen, äh, sollte die Swedish Landscape weitergebaut werden. Also, da war schon etwas, äh, Interessantes dabei. Beziehungsweise, es ist schön rot gegangen, äh, mit eines muss ich schon sagen, ich hab mir nichts irgendwie ausgemalt, äh, im Vorhinein. Aber, die Karte soll weitergebaut werden, sagen 34%. Mir egal, es sind 44%. 16% sagen Nein. Und nur 6% sind dafür, dass ein anderer Mapper sich dieser Karte annehmen sollte. Gut, dann haben wir das ganze Video heute hinter uns. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und in der Beschreibung, nicht vergessen, gibt es einen Amazon Link, der zu unseren Empfehlungen führt und auch wenn ihr etwas anderes kauft. Einfach drauf klicken, ihr zahlt keine Cent mehr, aber ihr unterstützt den Kanal und das ganze Team. Also, ich sag schon mal Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.